Kann ich neben einer vorgezogenen Altersrente auch zwei Minijobs haben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eindeutig ja. Sie können einen Minijob haben, Sie können zwei haben, Sie können zehn haben. Das ist überhaupt gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wenn Sie zwei Minijobs haben und Sie über die Jahresarbeitsfreigrenze, also Einkommensfreigrenze von 6.300 Euro kommen, dass dann der oben drüber liegende Betrag auf die Altersrente angerechnet wird und Ihre Altersrente würde dann nur noch als Teilrente gezahlt werden. Das heißt also, wenn Sie zwei Minijobs haben und Sie passen nicht auf, kommen über die 6.300 Euro, wird die Rente gekürzt. Steuerlich ist das natürlich dann auch ein bisschen problematisch, weil wenn Sie zwei Minijobs haben, müssen Sie auf jeden Fall für den zweiten Minijob, wenn er über 450 Euro ist, dann auf jeden Fall Steuern zahlen. Oder wenn dann die Gesamtsumme über die 5.400 Euro hinausgeht, müssen Sie dann Steuern zahlen. Also grundsätzlich ja, Sie können sonst wie viele Minijobs haben neben der Rente. Das ist überhaupt nicht das Problem. Sie müssen halt eben nur darauf achten, dass Sie hier die Einkommensgrenzen nicht überschreiten oder dass dann eventuell die Renten so dermaßen gekürzt werden, dass es sich für Sie gar nicht lohnt, hier 5 oder 4 oder 10 Minijobs neben der Rente zu haben. Näher aus zum Thema Minijob und Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.